Hallo, das ist der Herr Kramer, das ist der Herr Kleppel und wir zeigen euch jetzt das LMG. Los geht's! Hier seht ihr schon den Haupteingang und da unsere Mensa mit der Bibliothek. Weiter geht's! Willkommen in unseren Bio-Räumen. Hier findet auch der NWT-Unterricht statt. Gleich nebenan ist einer unserer Physikräume. Hier könnt ihr spannend experimentieren. Weiter geht's! Jetzt stehen wir direkt vorm Lehrerzimmer. Wenn ihr mal einen Lehrer braucht, da findet ihr ihn. Und da drüben jetzt weiter. So, jetzt werden wir noch einen Blick ins Sekretariat. Hallo, ich bin die Frau Schumpf, ich bin die Sekretärin der Schule und ich leite nachmittags die Hausaufgabenbefeuerung. Hallo, ich bin die Schulleiterin hier, Elke Engelmann. Ich freue mich, euch bald alle zu sehen. Und jetzt zeige ich euch euer Klassenzimmer. Hier kann auch jeder von euch einen Spinn bekommen. Da müsst ihr nicht zu viel schleppen. Ja, unser Herbert, der mag's gar nicht, wenn man klopft. Und jetzt zeige ich euch noch einen unserer Computerräumen. Wir kommen im Computerraum. Und irgendwo wird immer gearbeitet. Reinspazieren. Und jetzt zum Klassenzimmer. Und jetzt zum Klassenzimmer. Das hier ist unser Neubau. Und irgendwo hier wird euer Klassenzimmer sein. Und ich werde euch gleich ein Klassenzimmer von N zeigen. Go, Herr Klöppel! Ja, das könnte dein Klassenzimmer sein. So, jetzt gehen wir direkt raus im Tausenhof. Nachricht! Wir gehen jetzt zusammen übers Gelände. Das ist unser Kletterfelsen. Hier solltet ihr nicht runterfallen. Das ist unsere erste Sporthalle. Und jetzt spielen wir den Ball rüber zu Herr Klöppel in der zweiten Sporthalle. Und das ist unsere zweite von drei Sporthallen. Das ist der Idiotenhügel. Hier organisieren unsere Schüler das Edithill Festival. Und sogar Max Giesinger war schon da. Und da kommt der Platz, wenn er auch den anderen vorfährt. Oder er läuft in unserem Stadion zu neuen Rekorden. Auf die Plätze! Fertig! Los! 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 Vielen Dank.